So Freunde, ähm, ich hab grad aber Schokolade im Mund, haha, hm, ich hab mir jetzt mal gesagt, hm, bevor ich da bei den Spinnen weiter mache, hm, nehme ich den Katzenring, und den, erstmal, und den goldenen Ring, also bevor ich da den, ähm, bei den Spinnen weitergegen und so weiter, wollte ich hier nochmal, also was halt nochmal, erstmal gucken, wie wir hier jetzt was einsammeln können und dann, mal sehen, wow, alter, trotzdem wo ich den Katzenring habe, wa? Ein Lebenstein, oh, 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 oh halleluja ja katzen drin kann man doch so und dann das ist natürlich jetzt ein bisschen eng hier haha wow erst mal hier rüber giftiges moos mal drei ohne moos ohne moos nicht los in der hoes das ist auch das einzige hier ich glaube vom aussehen hier ist dieses holz unten weiter unten als diese ja dass das da wo das feuer ist wo aber trinken da ist die ja das ist weiter unten da ist aber dieses holz im wege kannst du da ja überhaupt nicht hinspringen weil knallst du ja dagegen gut da kommt man auch anders da etwas ist nicht nur den heiligen grab acht uhr heilige buch feuer ok wenn das feuer hier ist einmal hinsetzen wenn du das feuer hier sind kann man ja mal probieren so genau und genau ich habe so gesagt man knallt dagegen das bringt nix schön im schwarze loch gefallen gut dann gehen wir hier mal weiter was ein geribbelter immer lacht also ja hat sich ausgelacht so da gucken köpfe aus dem weg ups ratten ganz viele ratten kommen da hallo 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 ist mal moment 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 ihr kommt doch hier nicht mehr zum feuer hin ok antreffer oh ich habe einen ratten schwanz also nicht ich selber ich meine ich habe einen guten ja gleich zwei jahren wow von hier komme ich da nicht rein da geht es hoch heirate gerade mal was ich hier habe gut die geben nicht viel punkte das ist hier von sowas wie ein anfangsgebiet dann kleiner genau ich brauche doch auch noch mal die wenn die so wenig punkte geben alter ist ja was ist das für eine brücke können wir die runter holen mal einen da rein aber dann ist das so soll was machen wir haben jetzt drei neben zwei mal noch wieder mit auf dem gesicht und gewinnen hintergeist von roi der kunde hei neu nein rechte Was hat er? Der hat ja gar nichts drauf hier. Der ist ja schwach. Okay, das war's. Der war ja einfach diesmal. Und ein Mensch vom Bett gekriegt. Wie toll. Ja, es regnet Ratten. Die wollen mich hier versteinern, sieht's aus. Warte doch mal. Ich will dich doch nur töten. Ähm. Hallo. Wow. Trinken. Irgendeine Bränke. Hier trägten uns besoffen und da habe ich doch getroffen. Ähm. Hier liegt einer, da liegt einer, dort liegt einer. Überall liegen welche. Und hier. Und hier. Drei Hammerknochen. Okay. Ähm. Ja. Die kommen im Moment nicht an. Da kommen wir nicht durchgerollt. Gut. Ich weiß jetzt nicht, was da auf der anderen Seite ist. Außer auch eben die Rattenlöcher. Huh. Ja, ja. Hi. Ich wollte auch noch mal ein bisschen gucken, was da hinten ist, meine ich. Also, ich sehe da hinten ein Rattenloch und dann war da irgendwas Helles. Genau, dann liegt da noch was. Hm. Ah, das ist immer so. Ne. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Ich stecke ihn dir in den Mund. So. Kabumm. Und dann. Wow. Da unten ist eine Ratten-Arena oder was? Da unten ist eine Ratten-Arena oder was? Wo ist Graf Dracula? Flüstern. Und natürlich wieder mal eine Fackel. Da ist auch noch was. Bleibt mal schön da, ihr Ratten. Giftiges Moos. Wow. Und giftige Racken. Ähm. Ich gehe erstmal hier hoch. Ich glaube, mir geht auch nicht. Ja. So. Genau. Das geht ja nicht runter. Gut. Die sind versteinert. Das auch noch. Hm. Äh, gut. Ne, hier ist ja jetzt keine Brücke auf dieser Seite. Wow. Da ist Nebel. Warte mal. Nebel nehmen. Ähm. Äh. Äh. Oh, wie schön. Ein Leuchtfeuer. Kann man alles hier auftanken. Dann ist das nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier durchgehen. Na dann. Auf in den Kampf. Ähm. Warte. Warte. Und so weiter. Wow. Okay. 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 Ähm. Okay. 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 Jetzt kommt irgendwo die Rattenkönigin. Ähm, da, da, die hier durch die Staffel. Boah, mit einem Dresser wäre ich so viel abgezogen, Alter. Alles klar. Die habe ich schon. Okay, und jetzt hauen die anderen alle ab. Wow, Alter, ich bin mit der Waffe so stark, ey. Dann ist das auch wieder so eine Art Anfangsgebiet hier gewesen, oder was? Weil die... Hallo? Ja. Ja, ja, klar. Joa, ich hab'n Rattenkönigin. Hm, klar. Ich hab'n Rattenkönigin. Fest behalten, haftete Eid, okay. So. Eid geleistet. Ja, ja, klar. Ja, ja, sehr gut. Ja, ja, sehr gut. Obstler. Gegenstand kaufen? Was hat er denn? Rosturne. Zerstört Ausrüstung mit Säure. Aha. Vergiftet Feine. Wirkt auch auf euch. Ne, lieber nicht. Ne. Außer die Rosturne vielleicht. Zerstört Ausrüstung mit Säure. Wie viel haben wir da? 15.400? Alter. Ne, warte mal. Ich nehme. Keine Ahnung. 3. 2.100. 2.100. 2.100 oder... Ne, war 5, ne. 3.500. Ja, 5 ist zu gut. So. Ich soll ihm jetzt den Rattenspanz geben. Gut. Ich kann damit ja nichts anfangen. So. Sind wir jetzt noch tiefer. Äh, ergeben, meine ich. 3.500. 3.500. 3.500. 4.500. 5.500. 5.500. 5.500. Uxen und fern. 5.500. 5.500. 5.500. Es gibt viele Kontrapte, die durch die Hand von der Menschheit lange vorgegangen sind. Du bist human, und dann able. Ich weiß dein Kind, die Plotter und Schemers alle. Aber diese Kontrapte zu deinem Wettbewerb, gegen deine Foe. Mein Servant, erzähl mir die Weise von Dingen. Ja. Du bist ja auch eine Ratte. Schade ist er nur das da hat, und dass man keine Steine bei den Kaugen kann. Ja. So. Upsala. Ach, das ist da. Genau, ich bin ja in dem Ring da drin. Haha. Hopp. Ein Wahrheitsverkünder. Und jetzt müssen wir hier noch einen runter. Ja. Ach du Scheiße. Noch tiefer als tief. Ähm. Und der Strich geht langsam hoch, langsam hoch, langsam hoch. Wow. Das geht ja hoch, haus, tief, äh, tief, ja, runter und so weiter. Zack. Jetzt geht's hier runter. Ne, hepp. Oh, jetzt geht's da runter. Und hepp. Und hepp. so. Und dann jetzt hier auf diese, ja, Brücke. Wow. Okay. Das ist ein Gitter. Das ist auch ein Gitter. Aber das kriegen wir. Ein Blutungsstein. Ja. So. Da ist eine Brücke. Hängebrücke, Holzbrücke, aber eine kaputte. Hm. Oh. Äh. Den kriegen wir hier mit leider nicht, ne? Nein. Schade. Ähm. Wenn ich jetzt da runter gehe, auf die Seite, kann es sein, dass der, das Vieh in die Richtung läuft. Gehe ich in die Seite runter, dann versuchen wir mal. Hepp. Und hepp. Ich hab's mir gedacht. Alter, wo, der rennt die Treppen hoch. Gibt's doch nicht. Oh, das ist doch blöd mit den Viechern, ey. Der rennt einfach mal ganz schnell die Treppen hoch, ey. Als wäre jemand hinter ihn her. Haha. Ja, ich. Ich bin das. Heimerknochen. Boah. Hier geht's nur abwärts. Okay. Da geht es nur abwärts, abwärts, abwärts. Aber liebe Leute, ich bleib erstmal hier stehen und sage dann danke fürs Gucken. Ja, es ist wieder soweit. Dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye. 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 Bye.